ich mein ich kann jetzt immer noch alles ganz normal benutzen zum beispiel auch in obs und alles so ist es ja nicht aber es ist merkwürdig weil ich muss mich jetzt wenn der stream vorbei ist wieder damit rumschlagen den kram irgendwie wieder zu funktionieren zu kriegen und ich muss mal gucken wo diese wo dieses backup sein soll wahrscheinlich in oben namen dokumente kann ich mir drin vorstellen und ein obs oder wie ja irgendwie so weit ich kann mir nicht ganz denken dass er sich das interface speichert na doch muss ja es ist eine datei die muss auch gespeichert werden wie alles andere also falls du irgendwann mal hunger haben solltest ich habe jetzt so viele gegrillte kartoffeln ich habe noch ein lachs denn da kann ich jetzt nichts bauen kann verbauen also nicht die dinge jetzt abreiße das möchte ich jetzt mal wissen dann alles andere nice man braucht die dinge sogar doch mal brauchst du scheiße brösel okay okay ich habe es verstanden ich habe es verstanden ich bin ich mich mache immer zu viele wie gar das ist ja alles sicher auf eins und den gehen halt vier plattformen ja ich habe ich habe mich übertreib ein bisschen ich brauche das nur jeden zweiten glaube ich zumindest da brauche ich nicht da aber kannst du einmal deine potatoes kurz vor dem grill nehmen ja klar weil dann habe ich mir nämlich den lachs auf den grill aber jetzt habe ich erst mal ausgesucht ich habe also hast du noch einen zweiten grill lachs grill oder kann ich noch weiter was kochen ich habe das ist alles was ich habe ich habe noch mehr für notfälle ich brauche mal warte mal ich mache mir mal gleich selber eine kiste noch mal so für fischer bedarf freny freny alles gut die die leute sind gerade schüchtern ist es ist okay weil bei mir im chat halt absolut nichts gerade am happening ist und so doch bei mir ist dann und war mal hier wer am snaggen hierhin sei mir mal meine meine sehkiste gebaut ich werde das mit dem plan noch vernünftiger machen keine sorge momentan ist das noch so ein bisschen wild mit dem piller man wird noch ja 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 ich glaube ich kann jetzt mittlerweile anfangen dann in das haus zu bauen wenn da nicht ein arschloch wäre mein spiel wo es mein spiel ist kaputt gegangen ist schon abgewehrt okay wer für jemand gerade mit süßen bildern zu tag dann mach weiter angel das ist eine eine sehr wichtige tätigkeit holzwand und ich bin gerade dabei was zu machen sorry you don't know how to handle hoch macht macht magst du es lieber so mit blättern eine tür zu haben oder wirklich komplett aus holz nur so ganz ehrlich ich mag die die mit blättern mag ich lieber die sind gemütlicher aus dann machen wir das auch so reden wir hier während wir auf einem raft hocken und du hast du hast hunger du hast du bist nicht du ich mach mal kurz die dings lehr meine müde die schwaben ja schon verurte ich bin ganz ehrlich du kann ich habe ja letztes mal gehört von wegen dass die endlos aufnehmen können von daher lass sie ruhig voll werden und ja aber mich stört so was ja die sache ist es gibt aber nur 20 inventarplätze also zwanziger stacks deshalb ist aber auch nicht unendlich platz immer bei mir ja das meine deshalb meine ich ja lasse das einfach voll werden ich gehe weiter angeln flonk ich mache aber holzwände ich bin kriege händchen hier könnten wir noch eine die war glaube ich besser wenn ich dann ich weiß ist gerade ein bisschen viel material verschwindung aber ich muss mir ich muss mir erst die komplette wand sehen um dann zu entscheiden wo wo können da fenster am besten rein hier was ich mal fragen wollte sowieso kann man das programm cc cleaner eigentlich noch benutzen ccleaner sicherlich ja weil ich habe da letztens irgendwas gelesen und irgendwie seit neuesten versucht es dieses programm sich immer beim hochfahren automatisch zu starten ja das ist du kannst du wieder deaktivieren dieses auto monitoring ja musst du mir mal zeigen wie das geht machen wir nachher wenn dein explorer wieder lebt dann machen wir auch mal eine kopie von deinen einstellungen und das alles in trockenen tüchern alles in trockenen tüchern sag doch trockenen segeln ach so die tür geht so auf ok dann muss die muss die andersrum die tür öffnet nach außen die öffnet auch nach innen außen also wer jetzt weiß aus welchem anime das kam ja ja du rät fenster rät türen so viel fisch und mit teilhangen ist vor scheiße die hält doch nicht so toll ich war das jetzt muss es so rum ich glaube so rum ist das richtig ja wenn endlich drin ziemlich nach innen öffnen okay so ist gut dann kommt wieder eine insel voraus wo sonne sehr große das ist schön zu hören endlich mal was meinst du machen wir insel trip weil dann richtig uns aus ja dann macht wird richtung es wäre richtig cool von dir nur das machen wir das ist in arbeit dann lehre ich schon mal mein inventar die wird ja auch angezeigt wie du die öffnest aber wenn du nicht willst nein nein die sache ging mir einfach dass von wegen die tür halten nach außen sich geöffnet hat und deshalb das scheiße aussah bereich machen zum anker setzen ja ich werde jetzt erst mal hier ja mal gucken die gleich crash wir voll in die insel und gehen unter ja ich kann den anker werfen jederzeit okay das sieht auch nach einer guten insel aus wie groß ich muss mal gucken achst muss ich mir gleich mal bevor wir an land gehen mal ein bisschen holz holen heute habe ich glaube ich in die kiste gerade gepackt damit ich mir auch nicht eine kleine axt machen kann jesus ist die riesig ja das sieht nach dem jackpot aus wenn wir da irgendwie hochkommen anker setzen anker wird gesetzt kärten alter der anker zieht uns wieso zieht er uns so weit zurück okay alles klar rückwärtsgang ich wusste nicht dass das geht warte mal vielleicht müssen wir doch noch mal ein bisschen näher an das problem ist ich habe den anker gesetzt und dann wurden ja ja ist ja auch richtig so nur wieso hat er uns so weit zurückgeschleudert wir crashen jetzt mal ein bisschen naja kratten schatz gefunden okay sind gecrasht und zieht er uns zieht er uns schon wieder zurück vor allem schon wieder so weit what the fuck okay das ist weird kommen wir da so hoch warte mal da ist ja so ein swing de marium ja okay kommt man so hoch kommt man so ja da kannst du dich so hoch mogeln gut dann hole ich mir mal den fisch köder fisch köder ich würde sagen wir mal ein bluten erst mal die insel aus also ich dachte genau das machen wir während ich von oben mal sachen rein schmeißen es wird gerade dunkel wieder ich würde sagen ja komm das ist mal pen oder so und dann machen wir das aber warte mal dann nutze ich das jetzt gerade noch mal und wird mir eine axt machen damit ich mit ihr bäume abs abnageln kann habt ihr schon einen namen vorher schiff haben wir die ss bitte sinkt nicht und so ist gut soweit okay die ss essen die ss essen so und pfei pfei achso die seine geht gerade wieder auf ich wollte gerade sagen die ss durchfall auch nicht schlecht blumen aus den blumen können wir ja farbe machen und aus farbe mangosamen perfekt dann können wir uns also einen mangobaum pflanzen ich habe kann man kriegsbemann ich habe eine ananas und ananas sammeln ich bin glücklich okay hier können wir uns so hochmogen wird verdaut werden hier ist metallerz bingo hast du dich schon gelootet alles ich bin jetzt gerade hier oben schon ich bin gerade vorbeigerand so gesehen schwarze blumen ist die ss fischfutter finde ich gut kannst du hier mal dich mal hinstellen oder du springst auf mich drauf warte mal wie sie jetzt noch ich hab noch platz im inventar warte mal wo da bist du also willst du jetzt auch hoch ich habe gedacht so mal gucken also nicht nicht bewegen nicht bewegen nicht bewegen ich glaube ich will nicht abgerutscht warte mal hier vielleicht ich muss mal gucken wo man überhaupt hoch kann hier ist wasser melone und wasser melonsaat ich bin in der palme und hier ist noch mehr mango alter mango 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 die ss russen sind die ss die ss russen sind da ja nie auch ein paar mal kein sammeln brauche ich was nicht nicht brauche alles was ich gerade hier im inventar habe also wenn ich hier runter weil ich bin tot die insel ist sehr unförmig das ist hier sind ist ja alles zum mal unser schluss gesehen ich bin dann noch so ein bisschen am bauen apropos los da unten ist da unten ist noch ein anderes raft ja ist mir jetzt gerade mal aufgefallen komm mal zu wie auch tatsache weil ich hier die anderen blumen noch sammeln von hier müsste man hochkommen hier müsste gehen bist du jetzt ganz oben oder ja kommt genau über dir und jetzt noch ein bisschen hier hochkommt ich bin ja ausgeendet hier runter gegangen warte ich hole einmal kurz was da ist und dann komme ich wieder hoch machte 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 die ss wir kommen da hoch stein und ohne bolzen will ich schmeiß weg die samen die bolzen sind wichtiger ich esse mal meine kartoffeln ja tu das ich versuche da jetzt wieder hoch zu kommen ich bin gleich da ich habe den weg gefunden glaube ich jetzt muss ich nur hier wieder hoch kommen das vorzieht von endys position so komisch aus ich habe das gefühl wir berechnen sie die knochen ach was schon ich glaube du musst sowieso wie mein inventar ist voll kannst du vielleicht hoch könnte nicht einfach nehmen wenn du dich kraft dann bist du tiefer ja ich will ja gerade so siehst du aber du kannst noch nicht auf mich rauf wenn ich krautche kann ich und jetzt spring mal jetzt bin ich jetzt auf dir ja jetzt steh mal auf kannst du dabei aufstehen ich bin auf aufgestanden ach scheiße oder ich glaube ich kann nicht aufstehen solange du auf mir rumspringst das kann doch nicht wahr sein ich will da hoch können wir da schaffen ich finde es auch interessant dass mein steam jetzt gerade so einen weißen rand hat das ist aber schimmel das ist nicht edel schimmel das ist scheiße versuche mir normaler ich bin auch schon wieder auf dem raft das ist vergebene liebes mühe gut dann können wir uns gleich darum kümmern das unter wasser zu reinigen hat die winkelkatz euch jetzt glück gebracht ich habe eine ananas gekriegt also ich komme ich glaube er ist happy den baue ich dann gleich da oben irgendwo hin oder so ist das alles voll hier ja aber wir brauchen mehr kisten und größere kisten und noch mehr kisten wenn er jetzt da hier so naja hier wasser melonsamen müssen wir später mal pflanzen gucke ich mich gleich dran wir brauchen echt mehr tun viel mehr dafür brauchen wir schrott genau deshalb meine ich halt mach nicht die ganzen macht nicht die ganzen dinge sammeln ich die ganzen sachen auf die weiße pflanze kann woanders rein in einer stunde sind die netze so voll und weiß das spiel gar nicht mehr was es damit machen soll wenn es einfach durch klippt das wäre mir auch wurscht wir haben hier noch eine kiste ach so hier sind deine köder drin die stacken nicht sehr doof nee die stacken echt nicht das ist voll weird mein inventar ist jetzt erstmal volle kanne leer also ich hab da jetzt nur noch samen und feine drin auch gleich leer ist gerade wasser ready ja moment die weiße wassamen wollen wollen in die erde gepflanzt werden ja ich kümmere mich da auch gleich drum aber erstmal die unterwasser und die unterwasseraktion vorher muss ich mal schon mal meine flossen und meinen dings holen genau ich hole mir auch mal lieber schon mal einen neuen haken nicht dass ich auf einmal da unten bin und auf einmal so also du machst glaube ich besser lieber die tiefen sachen ich mache die weniger tiefen ja oder wie gesagt ich guck da jetzt und du sorgst dafür dass das viel abgelenkt ist versucht mich zu fressen ich meine so wie ich das verstanden habe 240 sekunden sind durch drei ja aber du musst das ding ja auch mal nachschmeißen weil wir wissen ja das ding schlau ist also wenn du willst dann hau ich den hier rein ja ich fühle mich vor allem sicherer da unten du hast glaube ich eine minute 20 pro kräuter ich fühle mich da ich fühle mich sicherer wenn ich weiß dass hier jemand ist der jetzt viel im auge behält so dann gehe aber auch erst ins wasser wenn das ding sich wirklich verbissen hat ja mache ich ja auch also ich bin bereit ich versuche zuerst mal durch mich bau nebenbei naja solange das ding im auge behält so ein bisschen man kannst du da machen was du möchtest ich bin so schnell jetzt unter wasser ach ich habe keine niegel ich brauche schrott wenn du schrott findest wäre super darunter wo ich was hier eine menge schrott also so ist es nicht aber ich suche jetzt erst mal genau nach den schnuckis hier nach metall und hoffentlich kupfer ich gehe mal wieder hoch ja ja aber ich muss ja luft holen trotzdem selbst mit sauerstoffflasche muss ich halt immer gucken das zu managen der salzige spuk napf weil ich ein schuppen klinik du sagst dich so schrott mit bringe also bringe ich schrott mit und wäre super klasse das wäre dann super mega klasse super super siehst du deswegen haben wir einen neuen haken gemacht und der köder 1 ist noch mal weg köder 2 ist ausgeworfen er hat sich noch nicht drin verbissen ich hoffe er tut es bald sonst werde ich ihn dahin locken noch sicher nichts was mich versucht zu fressen er schwimmt gerade auch noch so einfach so vor sich hin mir auch recht er kommt glaube ich in deine richtung obwohl der köder ausgeworfen ist näher kommt in deine richtung definitiv ja ich musste einmal einmal noch mal an schiff kommen ich versuche es gerade ich schwimme schon ich würde es ja gerne verhindern dass er mich zweimal trifft oh nein oh nein geh geh du arsch wie gesagt der zweite ist schon ausgeworfen gewesen aber wollte nicht seit wann ist das vieh so ultra retarded nur frisst dein fisch du heifig ja jetzt ist er endlich arschgeige oh 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 ist das kupfer yes jackpot das letzte dingen ja wenn ich das jetzt einschmelze und denn daraus eine platine macht dann haben wir bald alles gelernt was es zu lernen gibt noch beißt da ja ein bisschen soll er da ja auch noch dran kauen also mal luft holen und weiter runter we need to go deeper ich weiß nicht ob das so schön ist vielleicht sollte ich lieber andersrum machen ich dachte es wäre ich hätte gerade schon so ein so leichte träume aber leider doch nur ein altes wrack also dass ich weiß was auch gerade kaputt gegangen ist ne ne da war noch eine kiste drin also das war ein neues ich glaube er wechselt nicht die agro deswegen geht er an den kühner wenn er schon auf shadow hat es kann sein ich sage ich gehe aufs boot er ist fertig oder an land dann wenn ich den nächsten auswerfen kann weil er wird dich jetzt jagen ja ich sehe ihn da schon da oben diesen arsch vor allem ich finde es geil dass du ihn absolut nicht deutschen kannst naja doch selbst mit denen ist es immer noch glück dann also ich schmeiße dann jetzt mal den letzten aus weil ich habe ein bisschen noch was gesehen und wenn ich das noch kriegt dann ist super ich sag dir bescheid so weiter darauf zu stimmt weil jetzt gerade weiter sieben eisen muss man dieses spiel macht mich wieder müde ja es ist sehr beruhigend allerdings auch ein bisschen action reich wenn du so eine haie ausweichen muss wenn der haie vor allem ein arschloch ist alter bist du retarded oder so hier ist fressie ich glaube er schwimmt so langsam in die richtung ja jetzt schwimmt darauf zu und er hat ob ich dir raft empfehlen würde es ist ganz witzig aber ich sag mal so es macht im multiplayer tatsächlich mehr spaß als solo muss ich mal ganz ehrlich sagen scheiße wo ist jetzt der ich habe doch eisen und so noch gesehen es wird dunkel jetzt wird kacke ja es ist schwierig jetzt zu sehen selbst für mich hier unter wasser also unter wasser scheinwerfer gibt es noch nicht hier ist gut hier muss ich noch mal runter gleich luft holen und wieder runter bei eisen ist wichtig ich glaube das noch so 30 sekunden oder so es ist auch überhaupt nicht stressig hier unten aber gut so weiß ich wenigstens wann dieses vieh wieder aggressiv wird und wann nicht aber ich halte jetzt ein hit aus insgesamt ich würde dir raten jetzt so nicht langsam zu gehen so noch weiß da aber ich glaube jetzt ist er gleich fertig ich hole jetzt noch den rest den ich hier abgreifen kann und dann wie gesagt werde nicht zu gierig möchte ich darunter ist fertig okay gut ich komme ich bin direkt unterm raft deswegen also da war einiges direkt unter also am meeresboden okay cool kein wunder dass das ding nicht schmilzt so zwölf mal also echt jetzt hast du nicht genug gefressen du fettes stück scheiße alter okay meine sauerstoffflasche hat eine menge zeug geschluckt also wir merken uns so eine diy sauerstoffflasche ist nicht so geil aber ich habe 18 schrott rausgeholt aus der sache die brauche für die feiler jetzt weiß ich wofür ich die immer geöffnet verbraucht habe die feiler schlucken die alle die schlucken die die nägel wahrscheinlich jaja genau ohne nur ich meine muss ich mache mal was aufregend es will wieder halbtot sein heute muss ich zum tränen ja doch sonst sonst wirst du zu lethargisch ja auch nicht durch den anker ich empfehle ich richte uns dann auch mal wieder aus so dass wir möglichst kollision werden wir nicht vermeiden können ja noch mal den anker werfen gehen wir noch mal in rückkehr rückwärtsgang wobei wir richten uns so aus dass es eigentlich voll gut ist ja dann ist schön so ich denke mal ja das sollte passen jetzt ich kann noch mal ein bisschen das ist ja interessant das ist ja interessant her lustig her lustig und jetzt kriegen wir kupfer jetzt kupferts ja das ist in etwa immer diese kupferstecher du hattest gesagt du hattest schrott ja warte kriegst du gleich das habe ich aus dem meer gezogen nice ja jetzt sind wir glaube ich auf einem richtig guten kurs ich glaube ich glaube ein weniger heutzutage ist das der herr fuchs leiter und treppe ich will die leiter nachher weg haben aber obwohl die leiter kann ja eigentlich da bleiben zu sagen zwei zugänge warum nicht schön schön hübsch hübsch möchte ich meinen die leiter kann er noch zum notfall leiten genau vielleicht leitet sie dich auch ignoriere ignoriere den pann ignoriere den pann ignoriere den pann so kupferbarren erforschen leitplatte bauderie wenn wir jetzt noch die leitplatte bauen und gelernt haben was nicht schwer ist dann haben wir alles gelernt was wir in dem spiel lernen können dann haben wir alles in unserem minister ich muss gleich mal ein bisschen deine deine sachen hier neu ausrichten das heißt wenn gleich ein paar sachen wie zum beispiel ein schmelzofen gleich einmal kurz verschwinden ja die platten einfach weg machen kannst dazwischen die stütze naja ich habe ich habe zu viel gebaut also ich muss nur alle zwei eins bauen nicht alle drei so oder jeden wie ich da erst dachte gesetzlich vorgeschriebener notausgang sehr löblich woops 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 und Pfeiler super mega lecker ja ist gut so und hier wieder und hier wieder gleich stütze es einfach zusammen ne hoffentlich nicht ne 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 The Grill. Honk. Und... Honk. Du, blöd Mann. Oh, er ist tot. Mein Ding ist tot. Aber ich hab meinen Kopf. Du hast den Kopf? Mhm. Das ist schnell. Ja, jetzt. Ohne Segel ist das... Mit Segel ist das Ganze jetzt auf einmal ziemlich flink. Äh, okay. Scheiße, ich bin... Du musst echt wirklich den... Ah, zum Glück hatte ich noch einen Schluck im... Merken, wenn du Hunger hast oder Durst hast, wirst du langsamer. Also wirklich. Auch im Wasser. Deshalb gefährlich. Da muss man aufpassen, dass man sich nicht verschluckt im Wasser. Also wenn du den Schmelzofen umbauen willst, do it now. Mache ich. Weil wir... Oh, da ist eine wilde Elz da. So. Ähm. Schmelzofen baue ich dann jetzt... Ich bin nicht erfreut. Hier und so. Na, da muss ich mir jetzt hin. Mache ich ein bisschen hier so... Hä? Kiste. Kiste und das Dach. Ich kann hier nicht mehr rüberspringen. So. Ich mach den Ofen dann... Wie ist er... Wo ist er denn vorne? So ist vorne. Gut. So, da kannst du jetzt schmelzen. Da kann ich schmelzen? Da kannst du schmelzen. Und... So. Wo sind die Grills? Da ist ein Grill. Einen Grill will ich dann hier hinpacken. Ich hoffe, ich kriege die Achievements überhaupt. Weil jetzt gerade ist mein Steam gerade... Ach, Quatsch. Würde mich tiefen, wenn nicht. Ich mach mal beide Grills nebeneinander. Könnte du überhaupt... Ach, diese blöde Anbaufläche da. Wie wär's, wenn du noch einen so hier lenkst? Also so lenkst hier so. Direkt an den Pfeiler zum Beispiel. Das wär cool. Genau. Sieht doch in der Fall. Fleisch draufschmeißen. Zack, zack. Jetzt machen wir meine letzten Kartoffeln. Oh, was, was, was? Da ist ne Kiste. Kiste, 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 Kiste. Schwäck. Mist, ich hab verfehlt wegen des Segels. Ne. Krieg nicht mehr. Scheiße. Wertfertig. Wertfertig. So, die Kisten werde ich auch gleich ein bisschen umbauen. Ja, dann können wir die auch gleich mal sortieren. Wenn wir noch zusehen, dass wir noch nur... Dass wir vielleicht noch ein, zwei große Kisten... Ich mein, wir brauchen nur Schrott und Plank. Große Kisten würde ich unten lassen. Einfach für den ganzen Schrott. Und die kleinen Kisten für solche Samensachen und so weiter und so fort. Die packe ich dann nach oben. Ich glaub, den... Brauchen wir den Tisch jetzt noch hier? Ja, ich brauche ihn noch für eine Sache und dann brauchen wir ihn sowieso ein wenig mehr. Weil ich habe jetzt die Platte gemacht. Ja. Check the shield out. Wenn ich jetzt diese Leitpatine hier reinschmeißen, haben wir alles gelernt, was es gibt. Also... Wir haben alles gelernt, was wir haben, was es aktuell im Spiel gibt. So, dann kann ich den jetzt nur noch als Deko-Element benutzen. Ist doch schön. Ja. Weil brauchen, tun wir ihn jetzt nicht mehr so. Ja, ist grad ein bisschen... Der Wellengang. Ich werde mich noch dafür einsetzen, dass du noch eine Hängematte bekommst. Cool. Aber irgendwie in letzter Zeit hast du nichts nicht wirklich mit Vögeln, ne? Momentan brauche ich sie auch ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, das liegt daran, weil das Segel einfach direkt hier neben ist. Ich glaube, das Segel lässt dieses Vogelnest einfach nicht so wirklich triggern. Hm, vielleicht müssen wir es dann woanders hinpacken. Ja. Aber ich mache das noch schon. Ich mache das noch hübsch. Du machst das schon noch hübsch. Äh, zick, zick. Ich bin da voll in meinem Element gerade. Bauen ist voll meins. Ich baue noch einen Nagel. Wenn ich mich nicht um Materialien oder so kümmern muss, sondern einfach wirklich bauen darf, ist voll meins. Sie können zu Hause einen Nagel in die Wand schlagen. Voller Überzeugung. Und stellen fest, das Bild passt nicht. Sie können den Nagel rausziehen, aber das wohl auch bleibt. Warum kann ich denn hier jetzt nichts hinbauen? Was fehlt denn hier? Ach, ist der, war der jetzt wichtig? Oh. Ich denke mal, der war wichtig. Ja, der war wichtig. Scheiße, den hätte ich gar nicht wegmachen dürfen. So. Ja, dann sind halt hier drei. Passt schon, fuck it. Ich habe mich ein bisschen verschätzt. Mal doch nix. Mal doch nix. So. Bin da hübsch. Unsymmetrisch ist schön. Genau wie der Nebel. Halte für sanftes Drehen. Ne, möchte ich nicht. Ich möchte planken. Wieso kann ich das nicht machen? Tragendes Element entfernt. Check. Ach, das passt schon. Kann ich eigentlich von hier oben das auch machen? Ah, fuck. Warte mal, was brauchen wir für Dings? Ah. Es geht sogar, wow. Du kannst aus dem, aus dem ersten Etage kannst du auch Fässer angeln und es funktioniert. Also, du ziehst es dann zu deiner Position hin, soweit es deine Position erreicht hat, wird es einfach geändert in dein Inventar. Schön. Also, ich wäre dann schon fast dafür, dass wir relativ bald mal zu sind, dass wir unsere, also dass wir auf die großen Dings übergehen, die großen Kisten. Hm. Und dann, by the way, wir haben ja jetzt hier oben Wände, ne? Mhm. Die Wände sind doch fertig, ne? Ich denke mal schon, ja. Shit. Oh, warte, wieso? Hä? Wieso geht das? Ach, wegen dem Ding wahrscheinlich. Äh. Gib mir mal eine Wand, die ich benutzen kann. Mach ruhig wirklich hier so zwischen, zwischen den beiden Betten. Das habe ich versucht, das geht nicht so ganz. Ah, wegen der, wahrscheinlich wegen der Mathe, schätze ich mal. Dann mach ich so neben, mach ich ja neben die Tür oder so. Da, wo du jetzt stehst? Ja. Und was soll da stehen? Ähm. Wir haben ihn, wir haben ihn unseren ersten Heino mal genannt. Ich weiß es nicht. Ach, fuck. Heino? War das Heino? Ich glaube, es war Heino. Oh. Fertig. Na. Oh, ich habe gerade keinen Speer. Das habe ich gerade erst gemacht, du Arschgeige. Wie ist das neu? Nom, nom, nom. Ich habe gehört, das habt ihr neu. Nom, nom, nom. Der Hai hieß Hai Uwe. Nee, das war mein erster Hai. Da muss ich mal hier Einspruch reinlegen. Das war mein erster. Wow, wir crashen gleich mit einer Insel. Was? Was? Da, durch den Nebel. Ich sehe nichts. Ach da, wow. Hartz-Steuer-Board. Ich gucke mal, ob wir da Rampf können, ne? Ja. Unter Wasser habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Nerv. Also ich werde mal gucken, ob wir da einfach nur hochkommen. Wo ein bisschen Schrott wäre schon geil, wenn wir den noch kriegen. Ja gut, ich meine. Nein. Stopp, 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 stopp. Wua. Ja, da ist Schrott. Ich sehe Schrott. Ich sehe Schrott. Ja, wir werden immer so weit... Wieso zieht der einen immer so weit zurück? Ich weiß es nicht. Aber wir stehen eigentlich jetzt ganz okay. Aber hoch kommen wir nicht. Aber mir geht es auch wirklich eher um den Schrott. Ich glaube nicht, dass wir hochkommen. Kann man unter der Insel herfahren? Na? Glaub nicht. Ihr müsst von eurer Erhöhung da drauf springen. Das geht nicht. Nope. Warum müssen die auch so RNG-generated sein? So, reicht mir schon. Hauptsache ein bisschen Schrott. Wow. Hey, Jesus. Unser Floß hat ganz schön Wellengang. Ja. Da ist noch eine Kiste. Hey, Raphael. Sorry, Just Luit ist nur für mich und Shadow den Spielstand. Nee. Ah, doch. Das können wir echt knicken, da hochzukommen. Passt schon. Also, solange ich ein bisschen Schrott habe, damit ich mehr Nägel machen kann, damit wir noch mehr Fundamente können kriegen. Na gut. Angelechten. Segels. Segelfetzen. Äh, ich werde das Segel, obwohl das Segel muss eigentlich in der Nähe von dem Anker sein, obwohl eigentlich kann dann, ne, weißt du was, ich mach das Segel gleich auf der nächsten Etage, denke ich mal. Können wir auch. Und, äh, dann sagst du einfach, wenn ich den Segel lichten soll, dann kannst du schon ausrichten. So, ja, kannst du. Äh, das wir sind jetzt wieder auf Kurs. Wunderbar. Ähm. Wunderbar. Noch nicht. Also, du bist, du bist hier gerade noch, äh, einfach komplett rum mit Netzen am Bauen, auch wenn, falls wir Hals für uns mal drehen sollten, ne? Ja, ja, ich, ich mach das immer so sicherheitshalber mal. Ja, es ist, ist okay. Zugleich sehe ich auch zu, dass wir noch ein paar große Kisten ankriegen. Mhm. Da brauchen wir aber auch Schrott. Ähm. Der klassische Player schreibt, dass ihr mit dem Segel auch gegen die Strömung arbeiten könnt. So könnt ihr locker um die Insel rum segeln und dann könnt ihr von der anderen Seite ran. Moment, du brauchst das Schrott. Ich hab noch 21,19 im Inventar. Ja, du brauchst es ja auch, ne? Naja, aber brauchst du gerade für eine wichtige Sache? Nö, nur für die Kisten. Ach so. Ich seh halt zu, dass wir Kisten rankriegen. Kisten sind eigentlich wichtig. Mach, 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 mach du erst mal. Sollen wir vielleicht eine Kiste für jeden Debris, den wir aus dem Meer machen, machen? So, halt eine Kiste für Kunststoff, eine Kiste für Palenblätter und so weiter und so fort. Und sobald eine Kiste voll ist, schmeißen wir einfach alles überregelnd wieder zurück ins Meer. Wär sogar gar immer so doof, ne? Mhm. Dann machen wir auch noch P-Beschriftung, damit wir nicht jede Kiste mal aufmachen müssen, um da zu gucken. Ja, doch. Weil dann machen wir die großen Kisten wirklich so Meeresdebris, Holz, Blätter und, äh... Dann mach erst mal. Mach. Oh, ich hab Hunger. Äh, ich hab Hunger. Oh, ich hab Hunger. Das Problem ist, dafür brauchen wir Scharniere. Warte mal. Hast du das ganze Haifleisch schon gegessen? Ne, ich hab noch drei bei mir. Nee, ich hab Hunger. Äh, hier. Ähm, äh, okay, 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 brrrr, das Ding hatte... Was hast du denn da gemacht? Das, das Ding hat gerade einfach die Schwerelosigkeit vergessen und hat sich gedacht, so, ich flieg einfach mal so halb überm Boden. So, für den Rest muss ich erst wieder Metall herstellen, aber wir haben hier schon mal zwei Truhen wieder. Soll ich die mal nach oben stellen? Äh, nee. Ich würde die jetzt... Warte, wir machen, glaub ich, ich mach, glaub ich, jetzt mal das Vogelnest weg, weil das mach ich höchstwahrscheinlich oben hin. Äh. Das wird ja noch richtig logisch. Oh, nein! Scheiße, der B***! Tobias Weiland, danke dir fürs Follauen. Oh, Tobias Weiland hat Follauen auch mir, seh ich gerade. Dankeschön. Alter. Just... So, das Ding kommt weg. So, jetzt machen wir nämlich hier so die Front mit den vier Kisten oder fünf Kisten, ich weiß nicht, wie viele Sachen gibt es. Mit den Debris-Kisten. Genau. Ja, doch. Dann, dann hau ich da, dann mach ich noch ein Schild. Oder mach ja mit, mit einem, einmal, einmal craften zwei Schilder. Dafür brauch ich aber noch einen Nagel. Äh, die hat, hat mal, wer hat gerade bei dir nachgefragt, von wegen, ob er mitspielen darf? Äh, Just Luit. 2000. Kumpel, weil du bei Andy gefragt hast, das heißt es noch lange nicht, dass du es bei mir darfst, wenn wir denselben Server haben. Ja, Just Luit. Äh, no offense, aber verarschen kann ich mir alleine. Nass. Ähm, gibst du mir einen Einnagel ab? Ich breche mir einen Nagel ab, ich habe gerade gar keinen, warte, ich stelle kurz mal hierher. Äh, da gibt es Schrott oder einfach, dass ich Einnagel abführe. Für, für Schilder. Zack. Kann ja sein, dass er zugleich selben Zeit in beiden Servern gefragt hat, wer weiß das schon. Na, bei mir kam die Nachricht jetzt gerade erst, deswegen... Ach so. Dann müssen wir hier aber auch einmal alles leer machen, ne? Ach, ich sortiere das gleich, passt schon. Okay. Ähm, mach einfach nur so, dass die Kisten dann hier so... Also, ich habe jetzt zwei, also drei Kisten haben wir ja hier. Hm, und eine kannst du dann noch hier hinstellen oder so. Das stört mich gerade nur, dass die so... Ja, ich werde mich da gleich darum kümmern. Warte, ich gucke mal, dass die hier jetzt wenigstens schon mal... Schakal, willkommen beim Stream, hallo. So. Hier um die Ecke, Big Lord. Willst du hier noch eine jetzt haben? Eine große? Äh, ich glaube, warte, wie viele Sachen fischt man aus dem Meer? Na, Kunststoff? Kunststoff, Blätter, Holz... Ich mache das jetzt einfach... Ich mache jetzt das einfach mal zur Plankenkiste. Habe ich jetzt beschlossen. Ach, zur Not kann man sie ja immer wieder wegmachen. Ja, das hier wird jetzt die... Hier kommen die Plonke. Ne, nicht Planle, Planke. Planle? Ne, Plamke auch nicht. Jesus. Kannst du bei dem Seegang schon nicht mehr schreiben, oder was? Ne, nicht wirklich. Aber so wenig Leute Raft spielen so immer mit ihm, deswegen habe ich mich auf Twitter umgeschaut und wusste, nee, das ist ja auch... Hä? Ist dir das nicht aufgefallen? Ich habe übrigens vergessen, den Multi-Twitch-Link in den Titel zu schreiben. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe es auch vergessen heute. So, dann wird das jetzt hier... Blätter, Forschungstisch. Ach stimmt, den habe ich auch noch im Inventar. Ja, den brauchen wir ja schon fast gar nicht mehr. Der sieht dann einfach nur noch schön aus. Ja. Den kannst du ja hier oben irgendwo hinstellen. Mache ich auch gleich. So als Schreibtisch. Palmblatt. Ne, ist kein Problem. Kam mir nur halt sehr merkwürdig vor, als du dann auf einmal... Weil ich wusste irgendwas mit... Mit Louis war doch da eben gerade bei ihm. Mhm. Da habe ich gedacht so, hä? Hä? Wieso fragt der jetzt nochmal bei mir? Willst du mich verarschen? Hm. So, Kunststoffkiste wollen wir auch noch. Das würde wahrscheinlich dir sein, so viel wie da ist. Ey, du Fick. Du, da fällt mir ein, dass ich wieder ein Ding ins machen sollte. Ein Speer. Vielleicht. Ja, ich habe gerade was Falsches in die Kiste gemacht. Moment. Zack, zack, zack. Ich helfe dir damit schon mal so ein bisschen. So. Das kommt wieder hier rein. Die kleinen Behälter, weißt du was? Den kleinen... Einen der kleinen Behälter werde ich mir jetzt gleich mobsen. Für Kartoffelis. Kartoffelis? Kartoffelis. Weil Rüben sind mir eigentlich scheißegal. Wow, Gag. Hm, hier sind wir Kunststoff. Alter, ich habe keinen Platz. Steine konnte man auch aus dem Meer holen. Ja, die waren bei Dings mit drin. Die können bei Fässern mit drin sein. Okay. Danke. So, die werde ich dann mal ein bisschen... Ach, nicht anders. Nicht so wegmachen. Hälfte gerade schon mal so ein bisschen. So, das Lager wird jetzt... Das ist, glaube ich, ein bisschen leichter vom Item-Management her jetzt. Ja. Die gehen zum Schiff auf, ne? Äh... Oder? Nee, die gehen jetzt so auf. Okay. Vor allem, ich finde es geil, wenn du die aufmachst. Die Schild ist dann auch im Deckel drin. Ist doch perfekt. So, hier kommt dann... Hat das Spiel eine Schwierigkeit? Jetzt gerade tatsächlich, ja. Man kann es auf schwer stellen. Aber ich weiß nicht, wo dann der Unterschied ist. Äh, du, ähm... Auf leicht ist es auf jeden Fall so, dass, ähm... Du mit deinem Inventar wieder respawnen wirst, falls du stirbst. Ah. Und, äh... Deine Hungeranzeige geht nicht so extrem schnell runter. Und ich denke mal, bei sehr schwer ist es dann einfach wirklich, dass die Hungeranzeige rapide abnimmt. Ich packe den Forschungstisch mal hier oben jetzt schon irgendwo hin, ne? Ja. Oh, ich muss mal... Also, du bist einfach eine sehr hungrige Person. Ja, eben. Eine sehr hungrige Persönlichkeit. Okay, kommt man nicht vorbei. A very hungry fuck. Hat der wer nicht nachgefüllt? Ja, ich hab mein Becherchen nicht gehabt. Ich verdurste einfach. Ist okay. Ja, verdurste mal. So. So, was hatte ich hier jetzt gesagt? Hier kommt jetzt Kunststoff rein? Ja, hier kommt Kunststoff rein. Kunstdorf. Kunstdorf. Jetzt besser, hä? Kunstblinker, hä? So ein Humboldt. So, wo hast du die Stoff? Du echt mit dem Poly? Ich nicht noch. Ich hab doch noch ein Schild irgendwo oder nicht. Willkommen, Taggeber. Zack, gib mir das Schild. Zack, zack. Nein, nicht Lager. So, genau. Hier kommt der Kunstdorf. Das ist dann auf einmal gleich schon viel ordentlicher, ne? Kann man aber auch erst machen, wenn man wirklich die Ressourcen hat. So, Andy's Stuff wird gleich abgerissen. Ich hoffe, ich mach jetzt nicht die Kiste weg, weil du gerade die Hitbox veränderst. Hm? Ja. Ich hab nur schon mal Zeug rausgeholt, damit das sortiert werden kann. Ähm, was kann man denn noch aus dem Wasser ziehen? Ne, aus dem Wasser jetzt, also, wir können wirklich so eine Kiste für Unterwasserzeug, also Schrott. Oder wir machen eine für Metall. Okay. Also, Schrott, Nägel und solchen Stuff. Ja, Metalle, alles mögliche. Kupfer, Schrott, Nägeln. Oh, war mal, ist da gerade was? Sekunde mal kurz. Andy? Ich mach die nochmal kurz weg, ne? Weil das, das wurmt mich sonst. Ach so. Das geht mir sonst megamäßig auf den Piss. War sie falsch rum, oder wie? Ne, nicht das. Sie war... Muss ich das Schild wegmachen? Ich glaub ja. Weil jetzt ist das Schild im Weg. Wird gemacht. Ja, genau. Oh. Das sieht schon gleich viel besser aus. Oh, ich bin am verhungern. Das ist ne Tatsache. Hm. Damit sollte man definitiv zum Arzt. Steine kann ich ja nicht essen, bekanntlich. Sind ja auch steinhart. So, metallische Dinge. Zack. Und jetzt... Weiß ich nicht, wofür ich die letzte noch verwenden soll. Äh, Lebensmittel? Können wir machen. Also wirklich nur Essbares. Also, dass man sich da immer gut tun kann. Ja, ich höre einen. Ja, aber ich kann nicht, weil ich bin zu langsam. Ich hab Hunger. Ich kann nicht. Ach ja, jetzt hab ich ja gar nichts mehr, weil ich ja alles wirklich in die Kiste geschmissen hab. Ich brauch Kunststoff und Metalle. Äh, Kunststoff und Holz. Ich glaub, ein Steck sollte ich immer im Inventar haben. Von den ganzen Sachen. Ähm, ich kann doof planken. Ne, Plank und Kunststoffe. Kunststoff hab ich nicht mitgenommen, weil ich voll bin. Metallische Dinge. Kann ich das reinschmeißen? Und den Schrott erst mal. Kunststoff nehm ich mit 20 mit. Äh, tütütütü. Das wird wieder hingebaut. So, klok. Manchmal denk ich wirklich, ist es besser, einfach die Sachen kaputt machen zu lassen, um sie dann wieder nachzubauen, wenn es kein Netz ist. Ja, doch. Ist doch okay, dann also essbares. Die Kokosnuss kann man nur essen, ne? Ich glaub ja. Warte. Ähm... Hm. Hast du schon mal richtig in der Kokosnuss gebissen? Nee, hab ich... Kann man nicht so einfach essen? Nee, echt? Ich dachte, du nimmst einfach so eine Kokosnuss und, äh... You enjoy that shit. Stein ist auch noch so eine Sache. Du wolltest unten eine Unterwasserkiste, hast gesagt, ne? Ja, so für alles mögliche an Unterwasserzeugs. Machen wir die damit. So Sand ist... Also, dann ist das schon mit Stein klug, ne? Sonst geht die Kiste nicht unter. Das, das, das. Den Samen nehm ich mir raus. Seil halt bald im Inventar. So. Ey, das sieht doch langsam wie... ...nach nem funktionierenden Floß aus. Möchte ich ja mal sagen. Hm. Neun. 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 Scheiße. Neun? Da ist grad ne... ...n Fass vorbeigeflogen. Oh, ich hab Durst. Stimmt. Ich hab mir... Ich hab ja vorher nix trinken können. Metallische Dinge. Dass die auch so rumstöhnt, ey. Wie, ist das noch nicht fertig hier? Oder hast du grad wieder... Ich hab grad... Ich hab nachgefüllt. Ja, ja. Aber ich hatte das eingefüllt, um es zu trinken. Jetzt muss ich warten. Ach so. Ich... Das hab ich mir grad geholt. Weil ich ja... Aber meine ist auch fast leer. Hm. Ja, ja. Trink mir einen vor. Ist okay. Hust dir nicht so rum. Es sind Kinder im Wesen. Wirklich. So, hab ich meinen Becher... Ne, mein Becher ist irgendwo verschwunden. Scheiße. Wo ist mein Becher? Äh, warte. Warte, 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 warte. Hast du denn? Hier, ich hab ihn sogar eingepackt. Fuck. Oh Mann, oh Mann. Aber immerhin haben wir ne Glückskatze. Ja, die... Die werd ich gleich noch ein bisschen anders bei mir bauen. Warum machen wir nicht zwei Trinkwasseranlagen? Wozu? Wasser ist jetzt tatsächlich unser geringstes Problem aktuell. Ja, vor allen Dingen, weil man die Flasche halt so voll machen kann. Und dann hat man noch so einen Notfallschluck. Also von daher... Tag, Super Sonic. Danke fürs Hosten. Nice. Hoppala. Da fliegt das Zeug. Na ja, wenigstens ist es auf dem Floß. So, jetzt haben wir hier ne schöne Reihe von Truhen. Ja, genau. Darum wollte ich dich eigentlich bitten, dass ich hier Platz krieg. Metallische Dinge, genau. Und hier sollte jetzt alles, was unter Wasser ist, hin... Kannst du hier mal... Hast du einen Inventarplatz frei? Ja. Weil ich hab hier gerade ein... Wasser an Land gezogen. Und war zwei. Oh! Okay. Oh, dann ist das mal ein Fluss. Ja, eben, dann ist das ein Reft. Also, Kokosnuss kann ich essen. Vielleicht sollte ich sie auch einfach aufessen. Vielleicht solltest du die Kokosnuss einfach essen, ja. Das ist ja gut, wie du sie einfach die ganze Zeit rumträgst, die Kokosnuss. Mhm. Ein Ort zum anderen. Hier, Kokosnuss, ich zeig dir die Welt. Boah, ich bin... Ich hab gerade irgendwie zu viel im Inventar und ich weiß nicht, was damit anzufangen. Ich benutze die letzte Kiste erstmal kurz, um mein Inventar wirklich leer zu kriegen. Damit ich hier besser managen kann. So, zack, 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 zack. Okay. Ja, Deja Vu. I just swim in this place before. Oh yes, Bolzen und Scharniere. Und Schrott. Das sieht jetzt auch langsam nach was aus. Eigentlich, weißt du, was wir noch bräuchten? Mhm. Ein Krähennest. Könnte ich mich drum kümmern? Ich wollte jetzt sowieso... Ich glaube, das reicht vom Platz her für... ...für unsere Wohnung, sag ich jetzt mal. Da wollte ich jetzt hier eine Wand langziehen. Kann hier eine Tür reinmachen. Mach einen Balkon. Ein Balkon. Und vorm Balkon mach ich dann hier irgendwie so auf beiden Seiten eine... Wie heißt das? Eine Leiter nach oben. Und dann auf dem Dach baue ich das Krähennest. Geil. Dann würde es sich auch endlich mal lohnen, irgendwann einen Fernbläser zu bauen. Mhm. Wofür man einfach mal zwei Wasserflaschen braucht. Achso, was ist jetzt mit der letzten Kiste? Ja, die... Das wird eigentlich, wie du sagtest, unter Wasserzeug. Aber... Das Problem ist, ich bin gerade... ...äh... ...schwierig am Managen. Ist gerade schwierig. Ich brauche Planken. You are breaking your limits. Wer hat denn hier Plank... ...blätter in die Plankenkiste reingeschmissen? Reicht das? Zack, zack, zack. Ich kann auch nicht sagen, dass ich... ...das gerade aus Versehen war. Oh, brennt, okay. Wie wird dann die Tür sein? Dann bauen wir hier so hin, hier so hin. Dann... Dann... Oh, boy. Sogar mit Fenster. Ja, sicher. Na, sicher. Noch sicher. Weißt du, weitergeben müssen wir das Segel noch mal weiter nach vorne stellen. Das Segel packen wir dann auf den Balkon, den ich jetzt gerade am Bauen bin. Oh, oh, fancy. So habe ich mir so gedacht. Ah, ja. Nein. Ach, fuck. Zu schnell eingezogen. Man. Ich bin so schlecht hier, weil ich die ganze Zeit nicht mehr wirklich Übungen mit dem Haken kriege. So, ich brauche... So, ich brauche...